Das ganze grauenhafte Geschäft mit abgetriebenen oder nach der Geburt getöteten Babys ist überhaupt nicht neu. Zollbehörden in Südkorea haben schon vor Jahren tausende Kapseln, die mit pulverisiertem Fleisch von abgetriebenen Föten und toten Babys gefüllt waren, sichergestellt. Und noch heute wird damit gehandelt. Diese Kapseln sind ungeheuer gefragt, weil sie als Allheilmittel betrachtet werden. Der grausige Handel wird von China aus betrieben, wo medizinische Mitarbeiter von Pharmaunternehmen Bestechungsgelder für abgetriebene Babys oder Totgeburten zugesteckt bekommen. Das berichtete die britische Daily Mail schon vor sechs Jahren. An dieser Praxis hat sich bis heute nichts geändert, denn diese Kapseln sind immer noch sehr gefragt. Das Mittel verspricht Verjüngung und Ausdauer. Ob das wirklich so ist und mehr über die schockierende Praxis chinesischer Pillenhersteller erfahren Sie in dem in der Videobeschreibung verlinkten Artikel auf connectiv.events. Untertitelung des ZDF für funk, 2017